Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge LÜTÜBERS LIVE! Ja, ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal so gemacht habe. So weit kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Nein, natürlich weiß ich es. Ich habe mir auf jeden Fall eine neue Tastatur gekauft für 20 Schleppe-Dollar. So, das letzte Mal wollte ich noch... Moment, ich gehe noch mal kurz... Wie sieht es eigentlich aus mit dem Lernen? Muss ich das jetzt... Nee, Mami hat nämlich das letzte Mal im Arm genommen und hat gesagt, ja, hast es gut gemacht. Du bekommst das nächste Mal ein Geschenk von mir. So, ähm, äh, ausrüsten. Schauen wir doch mal. So, ähm, oh, wir müssen an Geld kommen. Ey, warum habe ich nur noch... Akzeptieren, Moment. Ach ja, ich habe mir eine neue Webcam auch noch dazu gekauft. Die ja. Genau. Äh, wie war das nochmal mit dem... Ah, okay. Alles klar. Ich muss ja erst mal mit der Tastatur klarkommen. Beziehungsweise mit der Tastenbelegung. So. Äh, äh, was steht da auf dem Bett? It's dangerous out here. Get this. Auch nicht schlecht. Okay. Ähm, die Truhe können wir nicht benutzen. Ich glaube, ich lasse den da erstmal eine Runde lernen. So. Ich beschleunige das mal. So. Er kommt zurück. Gelernt haben wir. Erste Schritte. Warte mal, was war das hier nochmal? Hm. Ah, okay. Ich soll auf jeden Fall 500 Abonnenten zusammenfummeln. Oh, Mami kommt. Hallo, Mami. Was gibt's? Oh. Mami ist glücklich. Du hast eine ganze Menge in dieser Woche gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Mach so weiter. Ja, äh, wie sieht's aus mit Taschengeld, Mami? Ich brauche noch ein bisschen Taschengeld. Okay, ähm, wir haben momentan nur ein Videospiel. Ähm, was kosten eigentlich Videospiele? Das muss ich jetzt gerne mal. Hm. Software? Software? Final Premiere Light. Was ist denn das? Äh. Gibt's hier keine Informationen über das Dingsbums hier? Keine Ahnung, was das ist. Äh, ich denke mal, irgendein Programm. Hm. Gibt's hier keine Videospiele zu kaufen? Oder wie? Oder was? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Äh. Haha. Handy? Nee. Ähm. Na gut. Gibt anscheinend nichts. Oder muss ich zum... Ah, warte mal. Spiel auswählen. Einkauf. Okay, jetzt verstehe ich... Ah, alles klar. Ich muss auf jeden Fall auf das Regal klicken. Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid. Bei Amazing Wii U, äh, ne? Bei Amazing On. Bekommt man auf jeden Fall Videospiele. So, ähm. League of Giants. Lord Battle for Upper Earth. Gothic Thunder Stadium. Hm. Undead Blood. Haha. Okay. Broken Words. Biblical Cannibal. Was zum? Geier geht hier im Haus vor sich. Anscheinend sind die Leute zu blöd, irgendwelche Gegenstände vernünftig aufzuheben und die dann noch nebenbei fallen zu lassen, ne? Naja. Hochhaushalt. So. Mal kurz einen Schluck Wasser getrunken. Ah, so. Angry Pogo. Ähm. Was kosten die denn? 35, 20, 60 sogar. Wow. Okay. Ja gut. Momentan haben wir erstmal ein Spiel zur Verfügung. Ja, deswegen würde ich sagen, neues Gaming Video. So, das dürfte jetzt eigentlich... Warte mal. Ja, das will ich natürlich zocken. Äh, okay. Wir haben schon drei zusammen, also das vierte Video ist in der Mache. Gut, dann setzen wir doch fort und daddeln eine Runde. Äh, das muss ich auf jeden Fall noch auswählen. Nee, muss ich gar nicht. Okay. Ich brauche auf jeden Fall ein neues Mikro. Mono ist scheiße. Ähm, okay. Dann würde ich sagen, starten wir Empire Planet 2. So. Ganz schnell mal... Clicky-Clicky machen. Hm, lustiger Kommentar. Ich reg mich auf. Und fachlicher Kommentar. Nee, geht gar nicht. Okay. Okay, warte nur. Äh, mörderischer Blick. So. Okay. Was ist das hier eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Naja, egal. So. Das Video ist fertig. Dann ziehen wir das mal da rein. Gut da rein. Und... Moment. Wollen wir mal grün. Weicher Fokus. Und Farbe zu ordnen. Okay. Ich hoffe, ich mache das auch so richtig, ne? Hm. Rendern. Akzeptieren. So. Äh, was war hier? Ah ja, genau. Verdiente Erfahrung. Performance. Video Bearbeitung, Sound, blablabla. Ähm. Spielbeliebtheit 45. Interesse 55. Ergebnis 15. Sind das jetzt die, äh, Abonnenten oder was? Naja. Egal. Ich lade das jetzt erstmal hoch. Und erstmal ne Runde beschleunigen. In der Zeit könnten wir mal was, äh, ah ne. Der ist auf jeden Fall müde und will schlafen. Naja gut, dann macht er das halt selber. Aber, haha, ich wollte da jetzt draufklicken und, naja, ähm, ne Runde essen gehen, solange er das hochbläht. Müsste eigentlich schon hochgeladen sein, ne? Okay, dann wieder normale Geschwindigkeit. Äh, zurück in die Schule. Boah, gehen wir doch lernen, ne? Jetzt haben wir ausgeschlafen, haben was gefuttert und gehen jetzt in die Schule. So. Ah, da oben rechts sehe ich gerade, das wird in ein paar Sekunden veröffentlicht sein, okay. Äh, 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 warte mal, Kanäle, äh, was, Kanäle 67, was? Kanäle, ahoy, was ist denn das nochmal? Äh, eine Sucht nach Abonnenten scheint kein Ende zu erkennen, äh, zu erkennen, äh, werde zum Content-Macher und bla bla bla, okay. Alles klar, okay. Mhm, mhm. Gut, äh, was war noch? Ach, zurück in die Schule, erste Schritte, Studentenleben. Äh, was haben wir denn hier? Profil ansehen. Superstar, du bist ein Meister viraler Videos. Dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Okay. Jeder Like und Abonnent zählt. Mhm, okay, ja. Leider sind wir noch nicht so weit, dass wir auch schon Einnahmen erzielen, aber das kommt im Laufe der Zeit, würde ich sagen. Hm. Moment, äh, schauen wir doch mal ein Gaming-Video, oder? Hä? Moment. Hä? Hm. Hä? Ich hab doch nicht auf das Regal geklickt. Ich hab doch auf den Fernseher geklickt. Hm. Na gut. Dann kann ich halt noch kein, noch kein Fernsehen gucken. Ist ja völlig wurscht, so. Äh, arbeiten. Ach, gehen wir noch eine Runde arbeiten. Verdienen wir uns noch ein bisschen Kohle dazu, würde ich sagen. Schuhe putzen. Geld 20, 45. Zeitung austragen. Ja, das hab ich damals auch mal gemacht. Hier wollen wir mal eine Runde Zeitung austragen. Holen wir uns ein bisschen Kohle dazu. Ich brauch ein neues Mikro. So. Wir haben 45, äh, Dollar zusammengefummelt. Wir haben jetzt 90. Okay, ähm, ich könnte auf jeden Fall ein neues Mikro... Ja, gebrauchen, ne? Ist ja klar. Schauen wir doch mal. Maus, Monitor, Mikrofon, da. Mikrofon, oh scheiße, das kostet auch schon 40. Okay, naja. Kaufen wir. Wir brauchen das. Akzeptieren. So. Wo bleibt das Paket? Oder hab ich das doch schon stehen? Wann mal, Info. Äh, Mikrofon, White. Äh, war das das, was ich gekauft habe? Oder kommt das jetzt per Post? Weiß ich gar nicht. Paket zugestellt. Ah, da haben wir's doch. So, geil. Ein neues Standmikrofon. Naja, wär mir lieber mit, äh, mit so nem Mikrofonarm, so wie ich's auch hab. Aber egal. So. Äh, ja, ne? Um Abonnenten zu erzielen, muss ich auf jeden Fall Spiele spielen. So. Machen wir doch mal ein Video. Äh, okay. Kein Filter. Mono, Stereo, natürlich. Aufnahme starten. So. So, die fünfte Runde Empire Planet. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Hm, hm. Was haben wir hier? Äh, mach mal einen lustigen Kommentar diesmal. Hm, mörderischer Blick. Ratschlag. Okay. Hm. Moment, äh. Kann ich mir... Warte mal. Muss ich alle drei da reinpfeffern, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mach das jetzt einfach mal jedes Mal. Ich schätze mal schon, dass das richtig ist, oder? Oder? Moment. Aha. Da färbt sich auf jeden Fall was. Hm. Hä? Ist das falsch? Da muss ich mir auf jeden Fall mal eine Information von einem anderen YouTuber holen. Also, ich gucke mir das nächste Mal ein Video an und, ähm, hole mir mal eine kleine Info dazu. Ich hab nämlich keine Ahnung, welches... Also, was ich jetzt hier genau machen muss. Äh, egal. Ich mach das jetzt einfach so, wie ich das die ganze Zeit immer gemacht hab. Und zwar das hier, das hier und das hier. So. Dann rennen wir mal der ganze Schisselabhäng. So. Ergebnis 21. Sind das jetzt eigentlich die... Follower? Ich hab keine Ahnung. Beziehungsweise Abonnenten? Keine Ahnung. Ähm, Interesse 35. Hm. Naja. Wie gesagt, wie gehabt. Äh, ich werd mir auf jeden Fall mal ein Let's Play angucken. Und mich mal ein bisschen schlau machen. Obwohl, eigentlich müsste ich das ja selbst lernen. Was hat der denn? Der ist doch haurig. Oh, na dann. Ach, der ist... Weil der müde ist, oder was? Geringe Bedürfnisse, weißt? Wenn er nicht sofort verschwinden würde. Oh, Mami ist da. Hallo, Mami. Was gibt's? Oh. Wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir Hausarrest geben. Und du brauchst dann auch nicht weinen, wenn ich das durchziehe. Okay, Mami. Tut mir leid. Okay, dann, äh, lernen. So. Ah, es sind dann noch drei Stunden, ne? Äh, drei Tage und zwei Stunden. Da müssen wir auf jeden Fall durchziehen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall durchziehen. So, lassen wir das mal schnell durchlaufen. Ah, geht nicht. Okay. Ich würde sagen, ziehen wir das komplett durch. Was ist das denn? Yeah! 400 XP. Okay. Okay, die Schule haben wir durch. Arbeiten. 0 von 3. Okay. So, mein Freund. Jetzt hast du zweimal gelernt. Das reicht doch wohl erstmal, ne? Äh, wie sieht's... Okay, essen. Gehen wir nochmal eine Runde in die Küche. Und durchfühlen den Kühlschrank. Oh, oh, oh. Mit meiner Zwischenzeit gucke ich mir das mal kurz an, hier. Ähm. Das sollst du besser bestehen. Sonst kümmert sich deine Mutter ganz schnell um alles. Ja, okay. Das haben wir letztes Mal schon, ja. Ja, warum haben die das hier nicht weitergeführt? Naja, egal. Warte mal, was ist das denn hier? Abgeschlossen? Zurück in die Schule. Äh, achso. Das sind die abgeschlossenen. Okay. Schau mir beim Spielen zu. Äh, okay. Hm. Anscheinend habe ich das auch schon durch. Naja. Wusste ich gar nicht. Habe ich mir das Video letztes Mal hier reingezogen? Ich schätze mal schon, ne? Sonst wäre das ja nicht abgeschlossen, ne? So. Hm, 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 hm. Eine Runde schlafen, würde ich sagen. So. Damit er mal fit ist. Okay. Das ging schnell. Ähm, kombiniere Test. Test, okay. Kombiniere Test. Monatlicher Fortschritt. Was? Was ist denn hier? Äh. Wett new? Dauert zwei Stunden. Wie oft du gelernt hast? Zehn. Pflichtveranstaltungen. Hä? Äh. Sieht aus wie so ein altes Nokia. Ähm. Monatlicher Fortschritt. Bla, bla, bla. Hm. Au. Kamera, Kalender, Hinweise. Okay. Paket zugestellt. Achso, okay. Okay, verstehe. Ähm. Ich soll irgendwas kombinieren. Naja. Pff. Whatever. Ich lasse den jetzt nochmal lernen. Damit Mami hier kein Hausarrest gibt. Ne? Da hab ich nämlich keinen Bock drauf. Okay. Ähm. Arbeiten. Not von drei. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal Zeitung austragen, ne? Arbeiten. Gärtnern. Ach, okay. Ich hab gedacht, da wäre... Okay. Da kommen anscheinend jedes Mal ein paar neue Jobs. Naja, gehen wir ja als Gärtnern. Hm. Nicht gerade viel dazu bekommen. Zehn Dollar. Ist ein bisschen happig. Was macht der denn jetzt? Was macht der? Ah, die Note deines Tests. Bemerkenswert. Zwei. Oh, nice. Ich hab ne zwei bekommen, weil ich gut gelernt hab. Mami. Ich will Taschengeld. Bekomm ich ne Belohnung? Hm. Nun, eine zwei ist ziemlich gut. Ich freue mich über deine Note. Hier hast du 25 Dollar. Mach was... Mach weiter so. Okay. Ja, schön. Danke. Nice. Okay. Wir waren Gärtnern. Wir haben jetzt zwei bekommen. Und ja. Ne? Ich würde sagen, äh... Da wir uns... Ja. Bemüht haben, machen wir jetzt nochmal ein neues Video. So. Fortsetzen. Okay, das ist alles ready, set und go. Formelle Begrüßung. Formelle Begrüßung. Hallöchen, meine Freunde. Ich bin's. Euer YouTuber. YouTuber. Fache ich ja kommentar. Okay. Lustige Kittrie. So, ähm, wie gesagt, wie gehabt Ich werde das auf jeden Fall Alles so hinzufügen, wie ich das hier drin hab Äh, das Grüne Dann Hm, ja, nehmen wir das Rote Grüner wäre er nicht mehr Und das Orangene, so Renderpunkte, warte mal Renderpunkte Warte mal, äh? Muss ich das verstehen? Farbe zuordnen, weicher Fokus Hm Moment Ah, okay Naja, wie gesagt Ich hole mir auf jeden Fall mal eine kleine Information Von einem anderen Let's Player Und werde das jetzt erstmal so machen, wie ich hier Wie ich das letzte Mal auch gemacht hab Denn ich hab nämlich null Ahnung, ob das richtig ist oder falsch Naja, ist ja erstmal der Anfang, ne? Also jeder macht mal am Anfang Fehler und, ja Lassen wir den noch eine Runde schlafen Und was essen auf jeden Fall Also die Steuerung ist ungefähr wie bei die Sims Also dann kann man, den kann man auf jeden Fall so ein paar Dinge nacheinander machen lassen Okay, hier wird hochgeladen Ich beschleunige den ganzen Schüsselpeng So Bereits zur Äh? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung Ähm Arbeiten, eins von drei Okay Ja, fit ist er, ne? Dann gehen wir noch nochmal eine Runde arbeiten Oma helfen Zehn Dollar Zwanzig Dollar Schuhe putzen Zeitung austragen Zeitung austragen Bringt am meisten Denn wir brauchen nämlich Kohle für unseren Ja, für unseren, äh Ja, Rechner, ne? Und, äh Zubehör Okay, Mami ist da Was, was gibt's? Was? Die Schule hat angerufen Und hat mir gesagt, dass du, äh Schon eine Menge in dieser Woche verpasst hast Lass den Computer mal Ja, Mami Tut mir leid, ey Ich hab doch eine Zwei mitgebracht Was hast du denn für ein Problem? Bö, blöde Kuh Okay, dann, ähm Ja, gut Dann lassen wir den jetzt nochmal eine Runde lernen Bitteschön So Mittlerweile um 130 Dollar Nice So, Mami Ich hab gelernt Du kannst mir jetzt nix mehr So, zurück in die Schule Eins von zwei Ja, komm Lassen wir das jetzt nochmal Revue passieren Und Arschlecken So Schau mir beim Spielen zu Warte mal Ist das das hier mit dem Fer... Also Ah, Gameplay-Video, oder? Das hab ich mir gedacht Ja Neues Gaming-Video Ne Hä? Moment, wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn? Yeah! Yeah! Oh, blöde ist er Naja Verfügbare Karte Neue Karte War es Okay Naja Wir werden sehen Was wir da haben So, äh Wie sieht's aus hier mit... Wie kann ich das denn jetzt hier machen? Ein Gameplay-Video zu machen Ist einfach... Hä? Denk ein bisschen darüber nach Schau mir beim Spielen zu Was... Ach so Verstehe Ich hab gedacht Der soll sich ein Gameplay-Video ansehen Naja So Ich würd sagen Machen wir jetzt nochmal eine Runde Empire Planet fertig Und... Ja, ne Dann beenden wir das Ganze hier mal So Aufnahme starten Weiter Mami kann mir jetzt nix Ich hab zweimal gelernt Was ist das denn? Ach so, okay Formelle Begrüßung Hallöchen, Leute Es geht weiter hier bei Empire Planet 2 Lustiger Kommentar Lustige Kritik Auch noch nicht gehabt Aufnahme abgeschlossen Okay So, wie gesagt Wie gehabt Ich mach das hier erstmal so Wie ich das für richtig halte Ja, ne Wenn ich alles hinzufüge Dauert Das Render 9 Stunden Aber naja Sobald wir einen neuen Rechner haben Schnelleren Rechner Und nicht diese lahme Mühle hier Mit einem Esel Der das zum Laufen bringt Ne Dann, äh Wird's auf jeden Fall Alles schneller laufen Interesse 9 Hm Ist irgendwie Weniger geworden hier, wa Hm Naja Wir müssen uns auf jeden Fall Mal ein anderes Spiel kaufen Vielleicht, äh Ist das Interesse da Ein bisschen höher So Laden wir mal Das Schüssel La Peng hier hoch So Und so Hoppla PC-Stu Oh Oh Okay Äh Ich müsste Muss Mal den Zustand Im Und was Wie soll ich das jetzt machen, bitte? Äh Info Ah, reparieren 10 Dollar Okay Ja, machen wir mal eben So Hä? Ah, da kommt ein Elektriker oder Techniker Und macht dann das Ding fertig Nice Er war repariert Er war repariert Also wollte ich mir eine Einige neue Komponenten Im Computer-Shop ansehen Ähm Konnte einfach direkt Per Mausklick Auf die Aufrüsten Darauf zugreifen Okay Ja, okay PC-Komponenten Wann mal aufrüsten In diesem Laden Konnte man alle möglichen Sachen kaufen Um seine Workstation aufzuwerten Jede Komponente Für sich hat Äh Eigene Render-Punkte Ach Man konnte auch die Bearbeitungssoftware aufrüsten Um mehr Effekte hinzuzufügen Okay Ja, okay Okay Sehr gut Du hast einen Talentpunkt erhalten Immer wenn du Ein Level aufsteigst Bekommst du einen Punkt Den du zum besseren Äh Den du Den du zum Verbessern Und Entdecken Neuer Arten Von Videos Investieren kannst Komm und nutze Deine neuen Talentpunkte Okay Ähm Wir haben das gekauft? Wann das denn? Hm Naja Ich schätze mal Das ist hier Dieses Effekte Gedöns hier Gehäuse Tastatur Warte mal Was haben wir denn sonst noch hier? Hä? Nee Was kostet das Ding? 125 Ich glaub Das kauf ich mir Ich glaub ich kauf mir das nächste Mal Ähm Erstmal eine Warte mal Was kostet eigentlich eine Maus? Was kostet eine Maus? Die neue 20 Dollar Na komm Gönnen wir uns jetzt noch Warten auf das Paket Oh Das ist ja immer noch beschleunert Naja So kommt das Paket auf jeden Fall viel schneller So Öffnen Komm jetzt Jawohl Da liegt sie Ja Ähnlich aus wie mein Razor Kraken Das ich auf dem Kopf habe Nur dass ich das Mikro nicht mehr davon benutze Denn ich hab mir ein Mikroarm und Mikro gekauft Also so ein Komplett Set So Dann lassen wir den jetzt nochmal eine Runde pennen Dann noch was fressen Und äh Ich sag dann schon mal Dankeschön fürs Zusehen Wir sehen uns das nächste Mal wieder Und Mami trifft gerade ein Oh ne Oder doch Hä? Was denn jetzt? Okay Der geht was fressen Und die Warte Okay Ja dann beschleunigen wir das mal Ja dankeschön fürs Zusehen erstmal noch Und so ne Und äh Danke für die ähm Ja Danke für die ganzen Abos Die ihr rausgehauen habt Mittlerweile 63 Kuss auf die Nuss Und einen dicken Schmatzer Auf den Gluteus Maxibus So Du hast so gut wie nichts in dieser Woche gelernt Ich hoffe nächste Woche wird besser Ja okay Mami Tut mir leid Ich hab doch gelernt Du olle Eule Okay Nein dann sagt man nichts Dann sagt man nichts zu seiner Mami Nein 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 Ähm In dem Sinne Reingehauen Und ciao mitau